So, nein! Die Flagge verliert wieder an roter Farbe. Oh ne, oh ne, oh ne. Wir müssen die blauen abhängen. So, der ist tot. Jetzt aber, komm! Zack! Perfekt, damit haben wir die Flagge wieder. Und jetzt kommt er hier wieder von blau. Wir müssen wirklich... Oh nein! Yo ihr Chiller, willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Conquest. Lange, lange ist es her, dass ich schon wieder die letzte Runde gespielt habe. Und ich habe ja irgendwie wieder mega Bock bekommen Conquest zu spielen. Und ja, mal schauen, wie die Runde gleich wird. Wir spielen heute auf der Karte Caspian Border. Einer meiner Lieblingskarten, weil ich mich einfach auf der Karte richtig gut auskenne. So, wir müssen jetzt aber auch schon direkt voranpreschen. Wir sind in Team Rot gerade gelandet. Und wir haben die Klasse Pyro. So Leute, auf der rechten Seite. Ich erkläre nochmal eben den Modus. Seht ihr ja die Tickets. Und das Team, das als allererstes die Tickets auf 0 hat, der verliert. So, und das Ding ist... Oh nee, der gewinnt. Tut mir leid. Und womit bringt man die Tickets nach unten? Ganz einfach mit solchen Flaggen. Das sind nämlich Flaggen. Die sind auf der ganzen Karte verteilt. Und jedes Team probiert natürlich so viele Flaggen wie möglich zu halten. Man kann sich über den Kompass auch zu den Gegnerflacken, die halt noch frei stehen. Zum Beispiel der hier, das ist dann so mit einem weißen Wallblock markiert. Man kann sich da so hinlotsen lassen mit dem Kompass. Und ja, das Ziel ist es halt wirklich im Team zu agieren, wie jetzt hier. Und dafür zu sorgen, dass wirklich so viele Flaggen wie nur irgendwie möglich erobert werden. Und damit halt diese Tickets an der Seite. Oh Gott. Schnell. Ein paar Feuergranaten. Und ja, sie brennen, sie brennen, sie brennen. Oh Gott. Er brennt noch nicht. Er brennt noch nicht. Jetzt brennt er auch. Wir müssen ein wenig die Granate werfen. Nein, hat er nicht bekommen. Aber... Ah, schade. Egal, wir porten uns direkt. Okay, der Berg wird gerade... Oh nee. Der Berg wird gerade eingenommen. Das sieht man daran. Normalerweise könnte man sich zum Berg teleportieren, weil wir ja eben gerade die Flagge eingenommen haben. Und hier ist ja jemand von Team Blau. Das kann es nicht sein. Nicht bei uns in der Base. Nein. Schnell die Bombe dahin. Boots. Oh nein, jetzt brenne ich auch noch. Aber ich bin ja Feuer. Ich habe ja die Feuerklasse. Und deswegen brenne ich nicht. Oder bekomme beziehungsweise dadurch keinen Schaden. So, komm schon. Sterbt alle hier alle. Rauf da. Okay, die Flagge haben wir wieder erobert. Aber wir müssen unbedingt zum Berg. Denn der Berg ist die Mitte von der Karte. Und wer den Punkt auf dem Berg beherrscht, der kann sich logischerweise über die Warpschilder am Spawn schnell dort hinbringen. Und von dort über die ganze Karte regieren. So. Und dass die Flagge da gerade blau ist, passt mir wirklich ungemein gar nicht. Oh weia, oh weia. Schnell die Flagge hier einnehmen. Das machen wir alleine, das Ding hier. Jawoll. Leute, Team Rot. Immer schön dabei bleiben. Immer schön hier. Die Flagge. Oh. Okay, der ist tot. Komm, hau ab. Nimm das. Gut, da brennt er. Oh nein, wir werden schon bombardiert wieder von dort. So. Nein. Die Flagge verliert wieder an roter Farbe. Oh nee, oh nee, oh nee. Wir müssen die blauen abhängen. So, der ist tot. Jetzt aber, komm. Zack. Perfekt. Damit haben wir die Flagge wieder. Und jetzt kommt er hier wieder von blau. Wir müssen wirklich die... Oh nein. Die Granate. Die werfen auch mit allem, was sie haben. Und alter Falter ist der stark. Der hat eine gute Klasse. Der hat seine Klasse schon richtig hoch gepowert. Oha, oha. Aber wir haben ja den Berg erobert. Deswegen sind wir direkt wieder hier. Okay, okay, okay. Chilt. Oh nein. Der brennt gleich erstmal. Alter, von wo habe ich gerade... Ich glaube, durch eine Granate habe ich gerade so viel Schaden bekommen. Krass. Wir verteidigen einfach mal den Berg hier ein wenig. So, und da vorne, da kommen auch schon andere. Ja, komm mal hoch hier. Boots. Oh, der hat gut Schaden bekommen. Der hat gut Schaden bekommen. Ja, jetzt brennt er noch. Nein, er hat uns in die Luft gesprengt. Und man konnte noch richtig sehen, wie er uns gerade eben die Granate entgegengeworfen hat. Oh ne, und hier haben die auch noch Minen gelegt. Ei, ei, ei. Na, wir gehen mal, wir rücken mal ein wenig fort zu Team Blau. Was kommt der von da vorne? So, die brennt. Oh ne, Granate. Aber wir haben sie überlebt, die Granate. So, aber er hoffentlich nicht. Zack. Alter Falter. Plus fünf Punkte steht noch mal im Chat. Er möchte uns sprengen. Oh ne, oh ne, oh ne. Achtung. Schnell weg da. Hätte der da gerade das TNT gezündet. Boah. Da wären wir aber sowas von aufgeschmissen. So, mal schauen, ob wir das schaffen hier. Natürlich schaffen wir es nicht. Weil wir auch direkt bei denen in der Base sind. Aber wir können die ein wenig ablenken. Dann können die wenigstens keine anderen... Oh, den haben wir noch bekommen. Der andere aber leider nicht. Aber wir haben noch ein Herz. Und können die hier weiterhin... Okay, jetzt nicht mehr. Und können die dadurch ein wenig ablenken. Und hier. Habt ihr es gerade gesehen? Blau sind wir nicht. Deswegen können wir uns da nicht hinporten. Dann gehen wir zum Bahnhof. Und können dadurch einen kleinen Zeitvorteil herausholen. durch diesen Warp. Und schnell wieder hier auf den Berg. Schnell wieder praktisch in die Mitte. Wir müssen diese Flagge da ein wenig einnehmen. Also Conquest ist echt ein Action-Modus. Wenn man das richtig spielt. Boah, nee. Komm, nimm das. Die Granate. Und Boom. Ich hoffe, das hat denen geschmeckt. Alter. Nee. Nee. Ah, verdammt. Ich dachte, ich könnte da auch was ausrichten. Aber nein. Team Blau ist einfach sehr dominant in der Mitte vertreten. Und führt auch gerade. Leider. Wir müssen die Flaggen alle einnehmen. Schnell. Mein Schnell kommt auch nur noch herausgequält im Chat hervor. Alter Falter. Nee. Nimm das. Boots. Da ist er tot. Tja, die guten alten Granaten. Die guten alten Granaten. Da kann keiner was gegen ausrichten. So, komm schon. Zack. Jawohl. Der brennt. Und wir beide nehmen jetzt hier mal schön die Flagge ein. Komm, verschwinde hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind überall Minen. Da müssen wir aufpassen. Nein. Aber wir nehmen gerade die Flagge ein. Wir nehmen sie gerade ein. Schnell zum Bahnhof. Und dann schnell weiter nach oben. Pirschen. Schnell hier hoch. Wir müssen da hoch. Oh ne, oh ne, oh ne. Können wir das Ding hier noch rumreißen? Also wir sind wirklich gerade im Rückstand. Ziel ist es nicht die Punkte, die Tickets, die auf der rechten Seite angezeigt werden, als erster zu verlieren. Nein, Ziel ist es, die wirklich so lange wie möglich zu behalten. Komm schon. Der ist tot. Schnell. Schnell. Flaggen. Einnehmen. Oh Gott, da kommt ja einer von hinten. Okay. 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 Da brennt dann wenigstens. Ja, komm. Ich lenke dich ab. Ich lenke dich wenigstens ab. Und ich bekomme ihn auch noch. Ja, den haben wir bekommen. Sehr schön. Der ist von unserem Team. Huiuiui. Das ist hier echt. Action pur. Conquest ist einer so der Modi, sag ich mal, auf dem Server, die, finde ich, relativ unbekannt sind, wo aber relativ viel drin steckt. Also Conquest ist echt ein sehr spannender Modus. Und macht sehr viel Spaß. So, wartet mal. Schnell zur nächsten Flagge. Da. Wir sind auch schon hier direkt vor Ort. Wir müssen diese Flagge jetzt mal einnehmen hier. Kann ja nicht sein, dass hier ein Blauer meint, er kann hier die ganze Flagge für sich reservieren. So, der Pyro sorgt jetzt erstmal hier für das nötige. Oh, Alter, hier ist ja ein Flitzer. Hier ist der Scout. Der Scout geht ja mal richtig ab. So, direkt zur nächsten Flagge. Das wird die im Wald. Und auch auf dem Berg wird gerade die wieder eingenommen. Oh nein, schnell auf dem Berg. Schnell auf dem Berg. Okay, das sind aber wir, die die da gerade einnehmen. So. Egal. Wir rennen jetzt mal in Richtung Wald. Den Kompass haben wir ja schon mal, also sprich eigentlich den Navi, haben wir ja schon mal richtig eingestellt. So, Freunde. So, auf geht's. Wo haben wir die Flagge? Wo haben wir sie? Da vorne irgendwo. Da müssen wir hin. Oh Gott. Ich möchte da hin. Ja. Sie wird auch schon eingenommen, anscheinend. Und hier, oh, hier wird Hilfe benötigt. Hier wird Hilfe benötigt. Brennt. So, wir haben die Flagge auch eingenommen. Schnell zur nächsten Flagge. Das wäre die wieder bei der Tankstelle. Aber die bei der Tankstelle ist deren Flagge bei deren Stützpunkt. Deswegen schnell zur nächsten. Ich merke schon, weil ich mich hier nicht nicken kann, muss ich hier so ein wenig die Richtung angeben. Und deswegen ab hier wieder rauf. Hier wurde gerade irgendwo eine Flagge eingenommen. Ich hab's gehört. Ja, hier wieder auf dem Berg. Nein. Die Flagge brauchen wir. Die brauchen wir. Ja. Brennt alle. Brennt. Ich leiste die Vorarbeit. Damit ihr schön die Leben... Oh, Alter. Das geht ja hier richtig ab. Mit der Klasse. So, jetzt wird die eingenommen. Ich pole mich schon mal um auf den, beim Bahnhof. Schnell zum Bahnhof wieder. Das ist ja unsere Stelle da unten. Da müssen wir natürlich auch direkt einnehmen. Kann ja nicht sein, dass da vorne gerade Team Blau bei unserer Base irgendwie die Flagge einnimmt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, schnell hier rüber. Und zack. Die nehmen wir ein. Locker, easy, flockig aus dem Handgelenk. Zünde ich ihn an. So, und dich auch. Und wir laufen weiter zur nächsten Stelle. Alter, Alter. Was war da denn gerade los? Und die haben schon wieder so viele Stellen, so viele Stützpunkte eingenommen. Die sind knapp doppelt so gut gerade aufgestellt. Flacken einnehmen. Flacken. Einnehmen. Schnell. Nicht zu mir. Das ist echt nervig, wenn alle immer zu mir rennen. Das ist echt total nervig. Spielt bitte, wenn man mit einem YouTuber oder sonst jemand mit mir spielt. Bitte. Spielt normal. Dann kann man nämlich auch so Runden ganz normal spielen und angehen. Ohne, dass man dann verfolgt wird. Oh, weia. So, Alter, was geht denn hier ab? Die brennen auf jeden Fall alle. Und ich war der Einzige, der da oben leider gerade am angreifen war. Schaut, wir haben nur eine Flagge. Das kann es doch nicht sein. Und selbst hier werden wir von blau gerade dominiert. Oh, Mann. Das kann es ja nicht sein. Ich gehe mal schnell zur anderen Flagge. So, den holen wir uns. Den holen wir uns. Alter. Ich kann gar nichts mehr sehen hier gerade. Da vorne läuft er noch. Nimm das. Du Schurke. Alter. Von wo werden denn angegriffen? Von da unten irgendwo. So, das haben wir schon mal eingenommen. Den haben wir getötet. Das blaue Team gewinnt die Runde. Schade. Schade, schade, dass wir nicht gewonnen haben. Tja, da kann man nichts machen. Ähm. So ist das Leben, würde ich mal meinen. Team Rot hat einfach meiner Meinung nach ein wenig zu defensiv gespielt. War mir so immer auf einen Punkt fokussiert. Meiner Meinung nach auch immer so ein wenig stark um mich herum verteilt. Und somit kann man einfach nicht breitflächig die Karte dominieren. Naja, Leute. War, fand ich aber trotzdem eine Actionrunde. Wo ich auch einfach mal so vom Kommentieren her mich sehr stark auf das Gameplay fokussiert habe. Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sage ich jetzt, ich hoffe mal, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, würde mich auf jeden Fall eine Bewertung freuen. Und ja, ich bin noch ein wenig gerade voller Adrenalin wegen der Runde. Uiuiui, das war echt lustig. Also haut rein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag hier, Chiller. Und tschö mit U.